Willkommen zu Footpath of Life. Footpath of Life ist ein Weg über 44.000 Kilometer, der mehr als 60 Länder miteinander verbinden wird. Gesäumt von den Bäumen der Erinnerung. Bäume, die ich zusammen mit dir pflanzen werde, für Menschen, die verstorben sind, für Menschen, die wir geliebt haben, für Menschen, die wir vermissen, für Menschen, an die wir erinnern möchten. Footpath of Life will aber auch ein Zeichen setzen, ein Zeichen für diejenigen, die sich in der dunkelsten Zeit ihres Lebens befinden, die ohne Partner allein zurückgeblieben sind und die vielleicht auch nicht wissen, wie es weitergehen soll. Footpath of Life ist ein Zeichen dafür, dass das Leben trotzdem schön ist, trotzdem weitergehen kann und dass es ein Licht gibt im Dunkeln. Jeder von uns hat seinen Weg zu gehen, der mit Sicherheit nicht immer einfach ist. Von leicht, naja, kann man nicht reden. Aber Footpath of Life ist ein Zeichen dafür, dass es immer weitergeht. Bis zum nächsten Mal. 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 Vielen Dank.